Schön, dass du hier bist. Mein Name ist Annika und ich freue mich, dich mit dieser Hypnose auf deinem Weg zu einem gesunden, ausgewogenen Essverhalten begleiten zu dürfen. Du bist hier, weil du die Entscheidung getroffen hast, deine täglichen Essgewohnheiten zum Positiven zu verändern und deinem Körper das zu geben, was er wirklich braucht. Und wenn du magst, kannst du dir hier und jetzt einfach mal selbst dafür Danke sagen, vielleicht mit einer liebevollen Umarmung. In dieser Hypnose wirst du lernen, die Signale deines Körpers besser zu erkennen und bewusst zwischen emotionalen Impulsen und echten körperlichen Bedürfnissen zu unterscheiden. Mit jedem erneuten Hören wirst du mehr in Einklang mit dir selbst kommen, alte Muster loslassen und neue, gesunde Entscheidungen treffen können. Und erinnere dich immer daran, dass es nicht darum geht, perfekt zu sein. Sei geduldig und liebevoll mit dir selbst. Manchmal werden vielleicht Tage kommen, an denen du dich anders entscheidest und das ist in Ordnung. Es geht vielmehr darum, eine gesunde Balance zu finden zwischen Achtsamkeit und Genuss. Mache es dir nun bequem, gerne zunächst auf dem Rücken liegend. Lege deine Arme locker neben deinem Körper ab. Schließe deine Augen und fokussiere dich auf deine Atmung. Mit dem Einatmen fließt frische Luft in deine Lungen und erfüllt dich mit Ruhe. Mit dem Ausatmen lässt du alles los, was du jetzt nicht mehr brauchst. Du atmest ein, nimmst Ruhe und Gelassenheit in dich auf. Du atmest aus, lässt los und befreist dich von eventuellen Anspannungen oder Stress. Nimm wahr, wie dein Körper auf der Unterlage ruht und wie er sich mit jedem Atemzug von selbst versorgt. Es gibt jetzt nichts, was du tun musst. Es gibt nichts zu verändern. Nimm einfach nur wahr. Beobachte, wie es dir in diesem Moment geht und nimm alles genauso an, wie es ist. In diesem Augenblick ist alles gut Und du bist genau richtig So, wie du bist Mit jedem Wort, das ich zu dir spreche, lässt du dich langsam und vertrauensvoll in eine immer tiefere Entspannung fallen. Deine Stirn ist ruhig und glatt Deine Augen sind sanft geschlossen Dein Kiefer ist locker Dein Brustkorb bewegt sich langsam und gleichmäßig mit dem Ein- und Ausatmen. Dein ganzer Körper ist entspannt und ruhig Mit jedem Atemzug sinkst du tiefer in diese wohlige Entspannung. Du bist ganz ruhig Einfach hier liegend Einfach atmend Einfach du selbst seiend Getragen von diesem Moment Sicher und geborgen Sicher und geborgen Wenn du magst, lege nun eine Hand auf deinen oberen und die andere Hand auf deinen unteren Bauchbereich Lasse sie dort ruhen Lasse sie dort ruhen Und nimm die Verbindung zu deinem Körper wahr Atme entspannt weiter Atme entspannt weiter Und spüre in deinen Bauch hinein Genau hier liegen wichtige Organe, die rund um die Uhr für dich arbeiten Sie unterstützen dich dabei, Nahrung zu verdauen Energie zu gewinnen Und deinen Körper von Giftstoffen zu reinigen Dein Bauch ist das Zentrum deines Wohlbefindens und deiner Gesundheit Schenke ihm deine Dankbarkeit und Wertschätzung für alles, was er leistet Sprich zu deinem Körper Ich bin dankbar für dich Ich bin dankbar für dich Vielleicht hast du eines Tages begonnen, dein Essverhalten zu verändern, um bestimmte Emotionen oder Stress zu verdrängen Vielleicht aber auch, weil du einfach aus den Augen verloren hast, was dein Körper wirklich braucht Was auch immer du erlebt hast Deine Vergangenheit existiert nicht mehr Hier und jetzt bist du bereit, deine alten Muster loszulassen und einen neuen, gesunden Weg zu gehen Und während du hier nun ganz entspannt liegst, lässt du ein- und ausatmend einen Raum der Selbstliebe in dir entstehen Dieser Raum dehnt sich langsam in deinem Inneren aus Weiter Weiter Und offener Und offener Voller Liebe Voller Wärme Voller Wärme Voller Wärme Und Geborgenheit Voller Wärme ist dein innerer Ort des Friedens, der dir Halt gibt und dich daran erinnert, wie wertvoll dein Körper ist und wie wertvoll du bist. Ein- und ausatmend füllt sich dieser Raum mit tiefer Dankbarkeit und Selbstliebe. Du spürst, wie diese Liebe sich in deinem gesamten Körper ausbreitet, dein wertvoller Körper. Dein Heiligtum Dein Zuhause Er trägt dich mit all seiner Weisheit und Stärke durch dieses Leben. Er unterstützt dich in jedem Moment mit jedem Atemzug. Spüre, wie deine Hände sanft auf deinem Bauch ruhen. Wie deine Bauchdecke Und aus dieser liebevollen Verbindung heraus kannst du jetzt noch achtsamer lauschen. Denn dein Körper hat so viel Weisheit Und er spricht unentwegt zu dir durch Wohlbefinden und Vitalität, aber auch durch Unbehagen oder Schmerzen. Jedes seiner Signale zeigt dir, was er braucht. Was ihm fehlt Und was ihm möglicherweise schadet Und wenn du genau hinhörst, kannst du den Unterschied zwischen seinen natürlichen Bedürfnissen und deinen Gedanken erkennen. Komme vom Denken ins Fühlen Was signalisiert dir dein Körper Was nimmst du wahr Was nimmst du wahr Was nimmst du wahr Frage ihn Wie geht es dir? Was wünschst du dir von mir? Was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Untertitelung des ZDF, 2020 Und nun sprich zu deinem Körper, ich danke dir für alles. Ich liebe dich. Ich sorge gut für dich. Nun entscheide selbst, ob du deine Hände auf den Bauch lassen oder wieder neben deinem Körper ablegen möchtest. Mache es dir so gemütlich wie möglich. Und während du dich nun deiner Müdigkeit hingibst, werde ich über einen längeren Zeitraum kraftvolle, positive Affirmationen zu dir sprechen. Sie werden sich tief in deinem Unterbewusstsein verankern, auch wenn du während des Hörens einschläfst. Du entspannst dich, vertraust dem Prozess und lässt dich nun mit meinen Worten sanft in einen tiefen, erholsamen Schlaf sinken. Ich bin dankbar für meinen Körper. Ich fühle mich ausgeglichen. Dunk-Ten-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-PenPen-Pen- Ich weiß, was mir gut tut. Ich esse achtsam und bewusst. Meine Gesundheit ist das Wichtigste. Ich sorge gut für mich. Mein Körper verdient nur das Beste. Ich lasse alte Muster los. Ich vertraue der Weisheit meines Körpers. Ich fühle mich wohl in mir selbst. Ich treffe gesunde Entscheidungen. Ich bin stark und schaffe das. Ich liebe meinen Körper. Ich werde mein Ziel erreichen. Ich bin voller Lebensenergie. Ich höre auf die Signale meines Körpers. Ich wähle nur das Beste für mich. Mein Körper ist vital und kraftvoll. Ich achte gut auf mich. Ich fühle mich fit und gesund. Ich bin in Harmonie mit mir. Ich liebe gesundes Essen. Ich bin dankbar für meinen Körper. Ich fühle mich ausgeglichen. Ich begegne mir mit Liebe und Achtsamkeit. Ich weiß, was mir gut tut. Ich esse achtsam und bewusst. Meine Gesundheit ist das Wichtigste. Ich sorge gut für mich. Mein Körper verdient nur das Beste. Ich lasse alte Muster los. Ich vertraue der Weisheit meines Körpers. Ich fühle mich wohl in mir selbst. Ich treffe gesunde Entscheidungen. Ich bin stark und schaffe das. Ich liebe meinen Körper. Ich werde mein Ziel erreichen. Ich bin voller Leben. Ich höre auf die Signale meines Körpers. Ich wähle nur das Beste für mich. Mein Körper ist vital und kraftvoll. Ich bin kraftvoll. Ich achte gut auf mich. Ich fühle mich. Ich fühle mich fit und gesund. Ich bin in Harmonie mit mir. Ich bin in Harmonie mit mir. Ich liebe gesundes Essen. Ich liebe gesundes Essen. Ich fühle mich. Ich fühle mich ausgeglichen. Ich fühle mich ausgeglichen. Ich weiß, was mir gut tut. 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 Ich fühle mich wohl in mir selbst. Ich treffe gesunde Entscheidungen. Ich bin stark und schaffe das. Ich liebe meinen Körper. Ich werde mein Ziel erreichen. Ich bin voller Lebensenergie. Ich höre auf die Signale meines Körpers. Ich wähle nur das Beste für mich. Mein Körper ist vital und kraftvoll. Ich achte gut auf mich. Ich fühle mich fit und gesund. Ich bin in Harmonie mit mir. Ich liebe gesundes Essen. Ich bin dankbar für meinen Körper. Ich fühle mich ausgeglichen. Ich begegne mir mit Liebe und Achtsamkeit. Ich weiß, was mir gut tut. Ich esse achtsam und bewusst. Meine Gesundheit ist das Wichtigste. Ich sorge gut für mich. Mein Körper verdient nur das Beste. Ich lasse alte Muster los. Ich vertraue. Ich vertraue der Weisheit meines Körpers. Ich fühle mich wohl in mir selbst. Ich fühle mich wohl in mir selbst. Ich treffe gesunde Entscheidungen. Ich treffe gesunde Entscheidungen. Ich bin stark und schaffe das. Ich fühle mich wohl in mir selbst. Ich liebe meinen Körper. Ich werde mein Ziel erreichen. Ich bin voller Lebensenergie. Ich höre auf die Signale meines Körpers. Ich fühle mich wohl in mir selbst. Ich wähle nur das Beste für mich. Mein Körper ist vital und kraftvoll. Ich fühle mich wohl in mir selbst. Ich bin gesund. Ich bin gesundes Essen. Ich bin dankbar für meinen Körper. Ich fühle mich ausgeglichen. Ich begegne mir mit Liebe und Achtsamkeit. Ich weiß, was mir gut tut. Ich esse achtsam und bewusst. Meine Gesundheit ist das Wichtigste. Ich sorge gut für mich. Mein Körper verdient nur das Beste. Ich lasse alte Muster los. Ich vertraue der Weisheit meines Körpers. Ich vertraue der Weisheit meines Körpers. Ich fühle mich wohl in mir selbst. Ich fühle mich wohl in mir selbst. Ich treffe gesunde Entscheidungen. Ich treffe gesunde Entscheidungen. Ich bin stark und schaffe das. Ich liebe meinen Körper. Ich werde mein Ziel erreichen. Ich werde mein Ziel erreichen. Ich bin voller Lebensenergie. Ich bin voller Lebensenergie. Ich bin voller Lebensenergie. Mein Teil der comme parentischen Körpers. Ich wähle nur das Beste für mich. Mein Körper ist vital und kraftvoll. Mein Körper ist vital und kraftvoll. Ich bin gesund. Ich bin in Harmonie mit mir. Ich liebe gesundes Essen. Ich bin dankbar für meinen Körper. Ich fühle mich ausgeglichen. Ich bin mit Liebe und Achtsamkeit. Ich weiß, was mir gut tut. Ich esse achtsam und bewusst. Meine Gesundheit ist das Wichtigste. Ich sorge gut für mich. Mein Körper verdient nur das Beste. Ich lasse alte Muster los. Ich vertraue der Weisheit meines Körpers. Ich fühle mich wohl in mir selbst. Ich treffe gesunde Entscheidungen. Ich bin stark und schaffe das. Ich liebe meinen Körper. Ich werde mein Ziel erreichen. Ich bin voller Lebensenergie. Ich höre auf die Signale meines Körpers. Ich wähle nur das Beste für mich. Mein Körper ist vital und kraftvoll. Ich achte gut auf mich. Ich achte gut auf mich. Ich fühle mich fit und gesund. Ich bin in Harmonie mit mir. Ich liebe gesundes Essen. Ich liebe gesundes Essen. Ich bin dankbar für meinen Körper. Ich bin dankbar für meinen Körper. ich bin dankbar für wellness- Champagner mit in dir. Ich begegne mir mit Liebe und Achtsamkeit. Ich weiß, was mir gut tut. Ich esse achtsam und bewusst. Meine Gesundheit ist das Wichtigste. Mein Körper verdient nur das Beste. Ich lasse alte Muster los. Ich vertraue der Weisheit meines Körpers. Ich fühle mich wohl in mir selbst. Ich treffe gesunde Entscheidungen. Ich bin stark und schaffe das. Ich liebe meinen Körper. Ich werde mein Ziel erreichen. Ich bin voller Lebensenergie. Ich höre auf die Signale meines Körpers. Ich wähle nur das Beste für mich. Mein Körper ist vital und kraftvoll. Ich achte gut auf mich. Ich fühle mich fit und gesund. Ich bin in Harmonie mit mir. Ich liebe gesundes Essen. Ich bin dankbar für meinen Körper. Ich fühle mich ausgeglichen. Ich begegne mir mit Liebe und Achtsamkeit. Ich weiß, was mir gut tut. Ich esse achtsam und bewusst. Meine Gesundheit ist das Wichtigste. Ich sorge gut für mich. Mein Körper verdient nur das Beste. Mein Körper verdient nur das Beste. Ich lasse alte Muster los. Ich lasse alte Muster los. Ich vertraue der Weisheit meines Körpers. Ich fühle mich wohl in mir selbst. Ich treffe gesunde Entscheidungen. Ich bin stark und schaffe das. Ich liebe meinen Körper. Ich werde mein Ziel erreichen. Ich bin voller Lebensenergie. Ich höre auf die Signale meines Körpers. Ich wähle nur das Beste für mich. Mein Körper ist vital und kraftvoll. Ich achte gut auf mich. Ich fühle mich fit und gesund. Ich bin in Harmonie mit mir. Ich liebe gesundes Essen. Ich bin in Harmonie mit mir. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020